Naht, hm, ja, ha ha ha, genau. Wir sind total angeschlagen, aber es ist so schwierig nicht. Kann man nach nem... Ne, wenn man Gefahr ist, ist man tot nach nem nächsten Schlag, ne? Das sehe ich wieder nicht ausprobieren. Und soviel ich weiß, ist man ja ein Veteran, äh, äh, hält man nur einen Schlag aus, beim zweiten stirbt man. Bei Assistiert ist es so, da hält man drei Schläge aus. Also hält man immer einen Schlag mehr aus. Was ist das? Was bist du? So siehst immer nach mehr aus. Komm, ich nehme mich mit, um wegzuschmeißen. Naja, wir spielen ja jetzt überhaupt nicht mehr auf Geschwindigkeit. Sonst hätte ich das weggelassen. Hm, nein. Aber privat spiele ich dann so auf Zeit, wie ich kann. Und dann gucke ich mir einen Guide am besten dafür an. Was ich eigentlich bei Resident Evil 7 nicht gebraucht habe. Da war ich doch eigentlich so schon schnell. Na, habe ich das Spiel in drei Stunden durchgespielt oder so? Na gut. Wir haben noch 30 Minuten, aber das schaffen wir nicht in 30 Minuten. Na, Arang ist auch cool. Wir müssen da rücken, ne? Generell wäre ich hier schon weg. Hier ist ja noch so ein Ben, ne? Zittere vor mir! Wie viel hältst du bitte aus? Hä? Der ist weg, der ist noch da. Aber habe ich noch was? Das war voll verschwendete Muni. Theoretisch hätte ich einfach versuchen sollen, es soll noch nie vorbei. Schadungsmesser, aber hey, was soll's. Boah, das Unendlichkeitsmesser. Das wäre cool, wenn man wirklich das Unendlichkeitsmesser einfach reinsteckt und wieder rauszieht. Wird man bestimmt verlieren, wenn man sich da gewidmet wehrt. Zum Arsch. Jetzt hat er zwei von diesen Scheiß-Schockern sogar drei, oder? Ja. Drei. Gefressen. Jetzt packe ich mal kurz weg. Halt, stopp. Halt, stopp. Ich habe ja gesagt, dieses Rätsel brauche ich nicht. Im Arsch. Zwei. Zwölf. Acht war's, ne? Jetzt haben wir diese verbesserte Munition und ist die einfach nur eine bessere Pistolen-Munition, oder ist das wie eine Magnum? Kraft bin ich mir noch nicht sicher. Von der Waffe. So, die ganzen, äh, Figuren habe ich ja hier eingelagert. Und mit ziemlich sicher der Turm und Springer an der selben Wand sind jeweils noch nicht nebeneinander, und da ruft er noch viel Sicht gegenüber. Hier ist der Springer. Und was war nochmal mit dem Springer? Wer ist? Turm und Springer an derselben Wand. Turm und Arme legen sich gegenüber. Das ist nicht meine Stimme. Ich muss ja eigentlich nur die Teile hier ändern. Ich schreibe mir das jetzt mal auf. Ich schreibe mir das. König Turm Springer. Und auf der anderen Seite ist dann Bauer sucht Frau. Bauer, Dame, Läufer. War doch so richtig, ne? Da merke ich mir für halt, wenn ich nochmal auf A spiele. Damit es halt schneller geht. Speicher nicht vergessen. Theoretisch brauche ich das nicht. Aber wenn man zum Beispiel mal stirbt und man will schneller sein, sollte man laden. Weil jeder Tod ist verschwendete Zeit. Ich glaube nicht, dass der William vergiften tut. Was ist denn der andere Raum? Ich bin neugierig gerade. Da ist doch noch ein Raum, obwohl da kommt man nicht rein, ne? Ich gehe fast ohne Heilung in den Kampf. Bin ich bescheuert? Ja. Ja. Okay. Ist man hier sicher? Nein, ist man nicht Wir müssen das hier Nein, ich weiß nicht Die Ausnahme Alp Hi, William. Gott! Wie hast du? Ach komm schon! Ich muss ihn zweimal zu Knie zwingen. Der steht doch jetzt falsch, oder? Ich habe eine Überraschung für den Klaus. Ach komm, schmeiß mich runter. Kann ich besser. Aber ich mache fortsetzen. Wir sind ja nicht mehr in der super Zeit, dass ich laden muss. Versuch mal, klappt besser. Ich muss leider zweimal liegen. Oh. Au. Ich muss ja nicht so viel Säure behalten. Ach komm! Ernsthaft, du kleines Kackvieh! Ich habe eine Überraschung für dich! Boah, ich liebe es, wenn sie das sagt! Hier geht's! Ach komm! Ach komm! Ach komm! Ich will es mit einmal schaffen. Es tut mir leid, aber das müsst ihr jetzt erdulden. Er muss dreimal liegen? Ernsthaft? Er muss dreimal liegen? Auf normal heißt es normalerweise, er muss zweimal auf die Knie gehen. Das habe ich nämlich letztes Mal auch mit nur zweimal auf die Knie geschafft. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja! Ich glaube, man muss so richtig gut treffen. Steh schon wieder auf, Borossa! Ja! Er hat das Auge zu! Er hat das Auge zu! Er hat das Auge zu! Jetzt steh schon auf, Big Boy! Jetzt steh schon auf, Big Boy! Warum mach ich das? Ich lade einen Schuss nach, ich bin so bescheuert! Wenn das jetzt nicht funktioniert, hasse ich das Spiel! Äh! Ich kann nicht mal ein neuer Versuch machen oder so. Ich will es mit einmal schaffen! Komm schon! Zeig mir was du kannst. Zeig mir was du kannst. Komm schon! Zeig mir was du kannst. Nein! Ich verstehe nicht! Wann soll ich die Grunthena denn holen? Am besten ich schieße noch mal mit Säure drauf oder was? Soll ich... Ich verstehe nicht, wie oft er runter jetzt knien muss. Das wäre das zweite Mal. Ich schieße ihn jetzt viermal auf die Knie. Es muss funktionieren. Oder sieht man das? Sieht man, wenn er bereit ist zum Abschuss? Also an... An einem anderen Tyrant sieht man das nämlich auch. So oft bis Claire zufrieden ist... ... 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 Ich habe hier nicht so ein bisschen Schaden gemacht... Jetzt aber! Jetzt komm! Ich habe auch nicht so viel Munition verschwendet. Nein, er hat noch ein Auge auf dem Rücken. Er hat ein Auge auf dem Rücken. Das stimmt. Er hat überall Augen. Er besteht aus Augen. Er ist ein Augengeddon. Er ist ein Auge auf dem Rücken. 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 Er ist ein Auge auf dem Rücken.